Sie sehen hier die verschiedenen Wechselcover des neuen Vodafone Smart 2. Drei zusätzliche Mix-and-Match-Cover sind im Lieferumfang direkt enthalten. Man kann sowohl eben die Farbe dieses inneren Bereiches als auch des äußeren bestimmen und das also nach gut dünken miteinander kombinieren. Das Vodafone Smart 3 hat eine inklusive 2 GB Micro-SD-Karte und ein 8,1 cm Touchscreen, also 3,2 Zoll. Bluetooth, WLAN, GPS sind natürlich auch mit an Bord. Also ein relativ interessantes Gerät im Einsteigerbereich. Display-Auflösung sind 240 x 320 Pixel. Natürlich, das ist noch richtig, eine große Zusammenarbeit. Die Fragen sind die gleiche. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.